Yo Leute, Brot ist wieder am Start und ja es gab jetzt echt eine lange Pause und das ist eigentlich recht unnormal für mich Aber ich habe mir gedacht ich gönne mir mal ein bisschen Real Life und hab viel Spaß gehabt die letzten Tage und Wochen und mache jetzt auf jeden Fall wieder mehr Videos also keine Sorge ich habe mir einfach nur eine kleine Auszeit gegönnt mal Und ich hoffe ihr hört den GameStone weil ich höre nämlich gerade gar nichts und ich spiele wieder frei für alle diesmal mit der Yo, Alter, der Typ hat eben gewonnen in der Lobby habe ich gesehen obwohl ich noch nicht gespielt habe ich spiele gerade die erste Runde so Und ich habe heute schon irgendwie kurz ein bisschen gespielt um mich ein bisschen einzuspielen so vor ein paar Stunden Aber soll ja auch jetzt nicht Meine Hauptthema sein oder was für Thema ich mache hier live fuck ja was geht ab Ähm und ich will hier mal auf Lethal Streaks spielen einfach mal so weil ich Bock habe Mal wieder Road to Flawless free for all was wir uns schon wieder schenken können Aber wie gesagt Endlos Serie ich werde hier so lange suchten bis ich Alter Schwede aber ich kann ihn wie besser triggern wenn ich nicht den Sound dabei höre So hier kommt doch eh wieder einer Messer mit dem mal Okay dann kommt halt keiner Haha du bist so ein Wichser man nur weil ich dich eben wieder gekillt habe muss er jetzt natürlich kommen und mich hier versuchen zu knife runnen und schafft das auch noch Ja komm Oh nein hinten hinten Oh Hilfe ist das knife runner? Er hat mich nicht gesehen wie geil Wie geil ist das denn Alter so wo ist der denn jetzt der Yo bestimmt Alter von dir lass ich mich garantiert nicht tönen Aber von dir fast Uhhh beruhig dich Es sind auch nur Menschen Alter mein Triggerfinger geht aber gut ab obwohl er hier Konter drin hat scheiße Alter warum hat der Konter drin? Da ist ein Gegner komm Starke scheiße ey irgendwie hab ich grad richtig Bock auf die FAL und die bockt übel Und ich wollte mich auch dafür entschuldigen Dass ich wieder die FAL spiele Komm nochmal Oh schade er hat's gecheckt dass ich ihn da immer hole Alter Lachs alter Schwede Da kommt sowieso jetzt gleich einer Oder er kommt von rechts der hinten rum gelaufen ist Da ist auf jeden Fall keiner Okay ich hab Glück gehabt Yay Was geht ab? Komm Spawn da Nice Digger Nice Da ist der Blitzschlag Und ich Ah die finden mich hier eh Wieder so gucken das ist eigentlich voll die geile Boah das Haus hier ist so eine geile frei für alle Posi Posi meine Freunde oh shit oh shit Er messert mich oder was? Er hat's versucht auf jeden Fall Auf jeden Fall krasses movement von ihm So da sind noch ein paar Gegner Snacken wir die mal so gerade weg Und uns den noch Nein der Blitzschlag klaut die mir Und hier ist War da noch einer? Ja Da war noch einer Wow alter Kranke scheiße Es geht gut ab gerade Sagte er und starb Ah Missgeburt Du Pisser Ähm Hauen wir die jetzt mal raus Ah ist irgendwie immer wenn man die einsetzt Ey wa Panic knife des Todes Panic knife des Jahrtausends Ihr habt's gesehen Ist das was oder ist das was? Hammer ey Aber so schlecht schlage ich mich eigentlich für meine erste Runde wieder so Und Ihr dürft mir natürlich auch mal schreiben was ich als nächstes so für Waffen spielen soll und so weiter Und als nächstes werde ich wahrscheinlich auch noch wieder Nonlethal spielen Ich habe mir einfach gedacht ich mache es jetzt immer im Wechsel Das ist glaube ich am anschaulichsten Und wenn ich dann Wow der hat aber viele hits geschluckt Und wenn ich dann Nein von mich doch nicht immer du Ist bestimmt wieder so ein Deutscher ey Nur Deutsche können so spielen Egal Auf jeden Fall wenn ich das dann zum Beispiel mit dem Einen geschafft habe mit Liefel zum Beispiel Dann werde ich Wenn das jetzt in naher Zukunft passieren sollte Einfach Trotzdem Weitermachen mit Nonlethal Oder von mir aus auch wieder im Wechsel und Mal gucken ob ich dann noch ein Liefel reiße Aber Hauptsache ich schaff dann das Nonlethal auch irgendwann mal Also das rausgebombt quasi den Nuked Out Titel Ey wo sind die denn sind jetzt alle da hinten oder was Oder was ist los mit euch Hä Warte ichs denn Warte ichs denn los mit euch Alle am campen hier oder was Nein Alter Ich verziele Ja ich verziele Ich verziele Ich verziele Warte von wo wurde der an Der wurde angeschossen gerade Von dem Der knife run de Spakula Weg da Ich habe Oh fuck Ich will das sehen man Oh nice ey War jetzt nicht so schwer weil ich gestanden habe Alter Der killt mich jetzt aber nicht man Aber der oder was Was ist los mit euch Ohne Witz Gegner haben irgendwas genommen heute Oha guckt ihr an wie der mich schon wieder anhört Guckt's euch an das ist ja abnormal Da ist einer Der weg rennt Idiot Whatsapp im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich nicht Hoffentlich Das wäre natürlich wieder unprofessionell Und das wollt ihr ja nicht sehen Deswegen lass ich das mal Ich cutte manchmal auch so Sounds raus Wenn ich die nicht mag Also wenn jetzt irgendwie Whatsapp oder so ist Aber das geht meistens eh nicht Seht ihr wie viel Arbeit ich in meinen Videos stecke Immer hier Betreibe ich den Größten Aufwand um mich zu unterhalten Natürlich Ne aber ich stecke irgendwie also Man denkt nicht wie viel Arbeit in so einem Live commentary stecken kann Das ist echt krass das ist abnormal manchmal Sieben Tode habe ich was ist los mit mir Und du Oh mein Gott Krasser Scheiß alter Was war das denn für ein Turnon Oh ich dachte der kommt jetzt hier rein So komm jetzt snacken wir uns die letzten Gegner noch hier und dann Knife Runner verpiss dich Komm holen wir den noch erst Nein ich wollte nicht mehr sterben Oh Kommen wir uns erst den Ich sterbe jetzt nicht nochmal Nein Ich sterbe jetzt nicht nochmal Ist das was oder ist das was Durch den scheiß Stein ey Ja ich hoffe es hat euch gefallen mal wieder so nach anderthalb Wochen oder was Tut mir wirklich leid also ich mache jetzt wirklich wieder öfter Videos Ich meine so Live-Evisions rauszuhauen ist echt nicht so schwer glaube ich Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen Lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat Und schreibt mir doch bitte in die Kommentare was ich als nächstes spielen kann Ich habe euch alle ganz so lieb Haut rein Leute bis zum nächsten Mal und Ciao